Bayer Leverkusen vs. Atalanta Bergamo Europa League Finale Bayer Leverkusen vs. Atalanta Bergamo Europa League Finale Bayer Leverkusen vs. Atalanta Bergamo Europa League Finale Am vergangenen Mittwoch fand eines der aufregendsten Endspiele in der Geschichte der UEFA Europa League statt, als Bayer Leverkusen auf Atalanta Bergamo traf. Beide Mannschaften hatten eine beeindruckende Saison hinter sich und waren fest entschlossen, die Trophäe mit nach Hause zu nehmen. In einem Spiel voller Spannung und Dramatik gelang es schließlich einer Mannschaft, sich den Titel zu sichern. Die Vorgeschichte des Finales Bayer Leverkusen vs. Atalanta Bergamo waren in der Europa League 2024 die herausragenden Teams. Bayer Leverkusen schaffte es, in ihrer Gruppe ungeschlagen zu bleiben und sich durch ihre herausragende Defensive und die offensive Durchschlagskraft von Spielern wie Florian Wirz, Patrick Schick und Moussa Diaby auszuzeichnen. Auf der anderen Seite glänzte Atalanta Bergamo mit einem offensiven Spielstil und beindruckte durch die Leistungen von Spielern wie Duvan Zapata, Luis Muriel und dem jungen italienischen Nationalspieler Matteo Pessina. Der Weg zum Finale Bayer Leverkusens Weg ins Finale war keineswegs einfach. In den K.O.-Runden trafen sie auf starke Gegner wie den AS Monaco, Spartak Moskau und zuletzt im Halbfinale auf West Ham United. In jedem dieser Spiele zeigten sie jedoch eine beeindruckende Kombination aus taktischer Disziplin und individueller Klasse. Atalanta Bergamo auf der anderen Seite hatte ebenfalls harte Gegner vor sich, darunter Olympique Lyon, Villarreal und den vorjährigen Champions League Halbfinalisten RB Leipzig. Besonders beeindruckend war ihr Viertelfinalsieg gegen Villarreal, in dem sie nach einem 1-3-Rückstand im Hinspiel mit einem 4-0 im Rückspiel triumphierten. Das Finale – ein Taktikkampf. Das Finale fand im ikonischen Olympiastadion in Berlin statt, vor einer ausverkauften Kulisse von 70.000 Zuschauern. Beide Trainer entschieden sich für eine offensive Aufstellung. Bayer Leverkusen vertraute auf ein 4-2-3-1-System, während Atalanta Bergamo mit ihrem gewohnten 3-4-1-2 auflief. In den ersten 20 Minuten des Spiels war das Tempo hoch und beide Teams hatten Chancen, früh in Führung zu gehen. In der 25. Minute gelang Bayer Leverkusen jedoch der erste Durchbruch. Moussa Diaby setzte sich auf der rechten Seite durch und flankte präzise auf Patrick Schick, der den Ball per Kopf im Netz versenkte. Leverkusen führte 1-0 und die deutschen Fans jubelten. Atalanta Bergamo zeigte sich jedoch nicht eingeschüchtert. Nur 10 Minuten später glichen sie aus, als Duvan Zapata nach einer präzisen Hereingabe von Hans Harteboer den Ball ins Tor schoss. Der Ausgleich stärkte die Moral der Italiener und das Spiel blieb bis zur Halbzeit spannend und ausgeglichen. Die zweite Halbzeit. Spannung bis zur letzten Minute. Nach der Pause drängten beide Teams auf die Führung. In der 55. Minute lag der Ball erneut im Netz von Atalanta, nachdem Florian Wirz einen brillanten Sololauf abschloss. Die Freude wehrte jedoch nicht lange, denn der Schiedsrichter entschied nach einer VAR-Begutachtung auf Abseits. Atalanta erhöhte den Druck und erzielte in der 70. Minute das 2-1 durch einen wuchtigen Kopfball von Luis Muriel nach einer Ecke von Ruslan Malinowski. Die Italiener waren nun in der Führungsposition und die Deutschen schienen angeschlagen. Bayer Leverkusen gab jedoch nicht auf und wechselte offensiv. Trainer Xabi Alonso brachte Amine Adli und Adam Hlocek, um neue Impulse zu setzen. Diese Wechsel zahlten sich aus, als Hlocek in der 85. Minute nach einem schönen Zusammenspiel mit Wirz den Ausgleich erzielte. Verlängerung. Der entscheidende Moment. Mit einem 2-2-2-unentschieden nach 90 Minuten ging das Spiel in die Verlängerung. Beide Mannschaften wirkten erschöpft, aber kämpften weiter. In der 105. Minute folgte jedoch der entscheidende Moment. Musa Diaby schoss aus 25 Metern Entfernung und traf unhaltbar in den Winkel. Bayer Leverkusen führte nun 3-2 und die italienische Abwehr war machtlos. Atalanta versuchte in den letzten Minuten verzweifelt den Ausgleich zu erzielen, aber die deutsche Verteidigung stand sicher. Als der Schiedsrichter das Spiel beendete, brach bei den deutschen Fans und Spielern großer Jubel aus. Die Feierlichkeiten und Auszeichnungen Bayer Leverkusen feierte ihren ersten Europa League Triumph in der Vereinsgeschichte ausgiebig. Laut Manager Simon Rolfes ist der Titel das Ergebnis harter Arbeit und der kontinuierlichen Entwicklung des Teams unter Trainer Xabi Alonso. Musa Diaby wurde zum Man of the Match gekürt, während Florian Wirz als bester Jungspieler des Turniers ausgezeichnet wurde. Auf Seiten von Atalanta Bergamo wurde Duvan Zapata für seine herausragenden Leistungen in der gesamten Kampagne gelobt. Reflexion und Ausblick Das Endspiel zwischen Bayer Leverkusen und Atalanta Bergamo wird sicherlich lange in Erinnerung bleiben. Es war ein würdiges Finale zweier Mannschaften, die den Wettbewerb in dieser Saison geprägt haben. Für Bayer Leverkusen ist dieser Titel eine Bestätigung ihrer Ambitionen und wird sicherlich für Motivation in der kommenden Saison in der Bundesliga und der Champions League sorgen. Atalanta Bergamo hat ebenfalls Grund zur Freude. Ihre Leistung in diesem Wettbewerb hat gezeigt, dass sie zu den besten Teams Europas gehören und sie können auf eine erfolgreiche Europa League Kampagne zurückblicken. Die Qualifikation für die kommende Champions League Saison bietet Ihnen die Möglichkeit, sich erneut auf der größten europäischen Bühne zu beweisen. Abschließend bleibt festzuhalten, dass die Europa League 2024 eine Vielzahl von spannenden Spielen und unvergesslichen Momenten geboten hat. Das Finale in Berlin war der krönende Abschluss einer hervorragenden Saison und wird Fans noch lange in Erinnerung bleiben. Autor Anita Farke, Mittwoch, 22. Mai, 24. Untertitelung des ZDF, 2020